Entwicklung, Produktion, Vertrieb Seit 1977 ist Powerhydraulik weltweit der Ansprechpartner, wenn es um hydraulische Komponenten und Systeme geht. Egal ob mobil oder stationär. Dafür steht Carina Schlagenhauf, die das Unternehmen seit 2012 in zweiter Generation leitet. Fachliche Kompetenz ist die Voraussetzung für maßgeschneiderte Lösungen. Deshalb setzt Powerhydraulik im Vertrieb ausschließlich auf berufserfahrene Fachleute, die ihnen bereits in der Projektphase partnerschaftliche Unterstützung anbieten. Optimale technische Lösungen, hohe Wirtschaftlichkeit und überlegene Zuverlässigkeit sind die Philosophie, nach der bei Powerhydraulik gearbeitet wird. Die Gussbearbeitung erfolgt dabei über ein flexibles Fertigungssystem, bei dem zwei Hochleistungsbearbeitungszentren die Aufträge vollautomatisch ausführen. Auch die Bearbeitung der Aluminiumblöcke erfolgt in mehreren Bearbeitungszentren, die mit Drehtischwechsler und Mehrfachspannvorrichtungen ausgestattet sind. Um dabei technische Sauberkeit zu garantieren, werden Partikel- und Bearbeitungsrückstände in den Hydraulikkanälen vor den nachfolgenden Arbeitsschritten beseitigt. Anschließend durchlaufen die Steuerblöcke den Vakuumtrockner. Im nächsten Schritt werden die vom Herstellungsprozess entstandenen Grate manuell entfernt. Powerhydraulik übernimmt natürlich auch die Bestückung und Montage der Steuerblöcke und programmiert für Sie auf Wunsch die elektronischen Steuereinheiten mit Betätigungselementen und Verkabelung. Die Oberflächenbehandlung übernehmen dann unsere lokalen Partner direkt vor Ort. Entscheiden Sie sich für Powerhydraulik und fordern Sie uns heraus.